Schwedisch lernen für Fortgeschrittene. Lerne fließend Schwedisch sprechen mit Sätzen und Redewendungen. Möchtest du das Hörbuch plus E-Book kostenlos erhalten? Klicke jetzt auf den Link unten in der Beschreibung oder auf das I-Zeichen oben rechts im Video. Denk dran, klick auf Like und Abonnieren, um weitere Videos von uns zu erhalten. Schreib doch noch einen Kommentar, wie wir das Video verbessern könnten oder welche Sprache du lieber lernen möchtest. Sorry, du bist nicht mein Typ. Tyvärr, du ist nicht mein Typ. Sorry, ich habe keinen Stift. Tyvärr, ich habe keinen Penna. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Hast du dein Studium beendet? Har du avslutat dina Studier? Ich war in der Bibliothek. Ich war in der Bibliothek. Wie war der Film? Hur war Filmen? Wir werden bald reden. Wir kommen bald reden. Wir kommen bald reden. Möchtest du einen Spaziergang machen? Will du ta en promenad? Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich bin ledsen. Ich weiß es nicht. Sie ist in Gefahr. Hon ist in Gefahr. Ein bisschen. Lite. Heute ist es sehr kalt. Kann ich dich nach Hause begleiten? Kann ich följa dich hem? Sie ist sehr energisch. Er hat eine schlechte Einstellung. 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 Bist du allein? Är du själv? Gut gemacht. Bra gjort. Warst du schon einmal hier? Har du varit här förut? Hast du enkelkinder? Har du barnbarn? Bitte schreib es auf. Skriv nere. Könnte ich bitte eine tasse te haben? Jag skulle vilja ha en kopp te, tack. Ich bin krank. Jag är sjuk. Ich interessiere mich nicht für fosball. Jag är inte interesserad av fotboll. Kannst du schwimmen? Kann du simma? Bist du schon lange hier? Har du varit här länge? Der Teller ist tals. Tallriken är varm. Sollen wir ihn bitten, sich uns anzuschließen? Ska vi be honom att ansluta sig till oss? Ich muss lernen. Jag behöver plugga. Nächstes mal. Nästa gång. Meine ohr wurde gestohlen. Min klocka har stulits. Probiere es aus. Ge den ett försök. Ich habe noch viel zu tun. 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 Sprich jemand. Är det någon som talar? Woher kommst du? Var kommer du ifrån? Ich lerne klavierspielen. Ich lär mich spela piano. Das Meer ist sehr rau. Det är hård sjö. Wie oft? Hur många gånger? Tut mir leid dich warten zu lassen. Kannst du das Licht ausschalten? Kannst du släcka lampan? Wie ist das Ergebnis? Vad står det? Tut mir leid. Ich habe es nicht verstanden. Tyvärr. Jag förstod inte. Ich bin sehr zuverlässig. Ich bin gerade erst angekommen. Ich habe precis anlänt. Ich möchte bleiben. Ich würde gerne stanna. Hier ist es. Hier ist es. Wo treffen wir uns? Var möts vi? Das ist so viel. Det är för mycket. Es ist zu süß. Den är för söt. Bitte beeile dich. Snälla skynda dich. Ich bin ein wenig aus der Übung. Ich möchte dir ein geschenk geben. Ich will ge dig ein present. Welche Straße ist es? Vilken gata är det? Er trat zurück. Han avgick. Ich bin jüdisch. Ich bin jüdisch. Ich bin jüdisch. Kann ich deinen stift lein? Kann ich deinen stift lein? Kann ich låna din penna? Können Sie bitte lauter sprechen? Det snöade igår kväll. Ich war dort. Ich war dort. Ich war dort. Ich habe meinen job verloren. Ich habe meinen job verloren. Ich verlorade mitt jobb. Wie heißen Sie? Die katze ist unter dem Tisch. Katten är under bordet. Das ist ihr Buch. Det där är hennes bok. Lass uns in den Speisesaal gehen. Låt oss gå in i matrummet. Tut mir leid das zu hören. Jag beklagar. Wo willst du dich treffen? Var skulle du vilja mötas? Ich muss mich konzentrieren. Jag måste konzentrera mig. Ich mag italienische Küche. Jag gillar italienisk mat. Funktioniert es? Fungerade. Wer ist das? Vem är det? Es ist nördlich von hier. Det är norr om här. Ich erinnere mich. Jag kommer ihåg. Ich mag sie. Ich gillar henne. Sie ist eine Expertin. Hon är ein Expertin. Ich bin deprimiert. Ich werde in fünf Minuten da sein. Ich werde in fünf Minuten da sein. Ich kommer vara där om fem minuter. Ist es kallt draußen? Är det kallt ute? Ich habe es fast geschafft. Er klarer det nästan. Er ist schneller als ich. Han är snabbare än mig. Sein Zimmer ist sehr klein. Han har ett mycket litet rum. Ich bin im laden. Er ist in affären. Wie alt ist er? Hur gammal är han? Wie viele personen? Hur många personer? So viel wie möglich. So mycket som möjligt. Er sieht nicht wie ein krankenpfleger. Han ser inte ut som ein sjuksköterskan. Sie haben es übertrieben. De gick för långt. Es liegt an dir. Det är upp till dig. Warum hast du das gesagt? Varför sa du det? Ich bedauere es. Jag ångrar den. Er lärt am. Han undervisar på. Er hat sie betrogen. Han var otrogen. Die tür ist verschlossen. Dörren är låst. Ich mag dich. Jag gillar dig. Er ist kreativ. Han är kreativ. Das ist lustig. Det där var roligt. Mein antrag wurde abgelehnt. Min ansökan avslogs. Ich habe es nicht berührt. Ich habe mich zerkratzt. Ich habe mich zerkratzt. Alles in Ordnung bei dir? Mår du bra? Ja. Wann kommt der nächste bus? När ska nästa buss komma? Das Meer ist ziemlich ruhig. Havet är ganska lugnt. Ich habe meinen portmåndet. Jag tappade bort min plånbok. Ich habe mich zerkratzt. So ist das Leben. So ist das Leben. Er ist sehr reif. Er ist sehr anspruchsvoll. Han är väldigt sofistikerad. Es schneite letzte nacht. Er är riskabelt. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Danke für deine Hilfe. Tack für hjälpen. Nicht schlecht. Danke. Bitte zie die Schuhe aus. Vänjant av dina skor. Ich bin geschäftlich hier. Ich bin hier für affärer. Wo habe ich meine Schlüssel gelassen? Var ladde jag mina nycklar? Das ist praktisch. Det där är praktiskt. Wie nimmst du es? Hur tar du den? Du wurdest ausgesucht. Du har valt. Dies ist sehr wichtig. Det här är väldigt viktigt. Ich gehe morgon. Jag åker imorgon. Ich bin mitglied eines fitnessstudios. Jag är medlem på ett gym. In drei Wochen. I tre veckor. Bist du sauer? Är du arg? Sie ist eine betrügerin. Hon är otrogen. Ich suche diese adresse. Jag letar efter den här adressen. Ich bin bei der Arbeit. Jag är på jobbet. Es lohnt sich nicht. Det är inte värt det. Bis später. Vi ses senare. Ich spreche fließend englisch. Jag är flitande i engelska. Das auto wurde repariert. Bilen har lagats. Könnte ich dein telefon benutzen? Kan ich få låna din telefon? Sie nicht negativ. Var inte så negativ. Ist dein sohn hier? Är din sohn hier? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Sollen wir woanders hingehen? Ska vi gå någon annanstans? Ich möchte. Ich skulle vilja. Woher kennt ihr euch? Hur känner ni varandra? Varför bist du traurig? Varför är du ledsen? Ich brauche eine massage. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Stimmt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Möchtest du fernsehen? Will du titta på tv? Was sagt uns das? Es war eine gegenseitige trennung. Wie hoch ist die Gebühr? Bitte sag ihr das angehoffna. Tala om für henne att ringde. Ungefähr ein Jahr. Om ett år. Das Wetter ist gut. Vädret är bra. Ich möchte das Internet nutzen. Jag skulle vilja använda Internet. Das war sehr schön. Den war härlig. Geh hier entlang. Gå den vägen. Ich habe Hunger. Jag är hungrig. Es geht mir gut. Danke. Jag mår bra, tack. Arbeitest du morgen? Jobbar du imorgon? Es könnte schlimmer sein. Den kunde har varit värre. Ich brauche deine Unterstützung. Jag behöver ditt stön. Ich arbeite für mich selbst. Ich är egenföretagare. Das sieht alt aus. Den ser gammal ut. Wie lange dauert die reise? Hur lång tid tar resan? Es geht hier entlang. Det är så här det är. Ich bleibe heute Abend zu Hause. Jag stannar hemma ikväll. Komst du oft hierher? Kommer du hit ofta? Bis bald. Ses snart. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ich skulle vilja ha ett rum. Kannst du es mir zeigen? Kan du visa mig? Sind alle in Ordnung? Är alla okej? Studierst du Englisch? Studerar du Engelska? Braucht es Batterien? Behöver den Batterier? Das ist mein Freund. Detta är min pojkvän. Guten Morgen. God morgon. Es spielt keine Rolle. Det spelar ingen roll. Hast du das gehört? Hörde du det? Ich werde auch noch diesen nehmen. Ich bin engagiert. Ich bin engagiert. Ich bin beslutsam. Ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Ich mag risiko. Du siehst super aus. Du siehst super aus. Du ser bra ut. Wie hoch ist das risiko? Vad är det för risk? Wie viel kostat das? Hur mycket kostar den här? Schlaf gut. Sov gott. Sie liegen falsch. Ni har fel. Wer hoft an? Vem är det som ringer? Nein, dies ist das erste mal. Nein, detta är första gången. Hast du etwas dagegen, wenn wir mitmachen? Har du något emot att vi följer med dig? Ich glaube dir. Jag tror dig. Sie haben einen guten ruf. De har ett gott rykte. Ich brauche eine unterschrift. Ich brauche eine signatur. Wie viel möchtest du bezahlen? Wie viel möchtest du bezahlen? Wie viel möchtest du bezahlen? Es ist kein sehr schöner Tag. Es ist kein sehr schöner Tag. Es ist kein sehr schöner Tag. Möchten Sie einen Film anschauen? Er ist ingenieur. Er ist ingenieur. Sie haben nichts gemeinsam. Sie haben nichts gemeinsam. De har ingenting gemensamt. Spielst du basketball? Spelar du basket? Schalte den ofen an. Sätt på ugnen. Sätt på ugnen. Diesen månad. Denna månad. Es wird spät. Det börjar bli sent. Es war spannend. Det var spännande. Ich habe nur geschärzt. Ich skoja bara. Das ist ärgerlich. Det är upprörande. Ich bin kein turist. Ich bin kein turist. Wie viel möchtest du? Wie viel möchtest du? Wie viel möchtest du? Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Wann sollen wir los? När ska vi gå? Ihr fehlt selbstvertrauen. Hon saknar självförtroende. Um welche Uhrzeit bist du schlafen gegangen? Vilken tid laddar du dig? Ich bin protestant. Ich bin protestant. Ich bin protestant. Mein Vater war da. Mein Vater war da. Ich habe nicht fertig gegessen. Ich habe nicht fertig gegessen. Ich habe nicht ätit klart. Den ganzen Tag. Hela dagen. Das sieht gut aus. Den ser bra ut. Ich werde nächstes Jahr nach Amerika gehen. Ich werde nächstes Jahr nach Amerika gehen. Ich werde nächstes Jahr nach Amerika gehen. Ich werde nach Amerika nästa år. Für lange Zeit. Für lange sedan. Du hast heute Abend frei? Är du ledig ikväll? Was für ein schöner Tag. Was für ein schöner Tag. Vilken fin dag. Bitte rof mich an. Ring mig, är du snäll. Bitte hinsetzen. Sitt ned, tack. Ich denke das. Ich tror das. Das ist interessant. Das ist interessant. Det war interessant. Bedien dich. Ta för dig. Jetzt oder später? Nu oder senare? Wie alt ist sie? Hur gammal är hon? Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Jag är schuldig. Was ist dein adresse? Vad är din adress? Ich wollte im Ausland leben. Jag ville bo utomlands. Er gibt mir nie etwas. Han ger mig aldrig något. Ich denke nicht. Jag tror inte det. Das Geschäft ist profitabel. Verksamheten är lönsam. Ich dachte er hat etwas anderes gesagt. Jag trodde att han sa något annat. Ich bin arbeitslos. Jag är arbeitslös. Ich wünsche dir eine gute reise. Ich wünsche dir eine gute reise. Ich wünsche dir eine gute reise. Ich wünsche dir eine trevlig reise. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wirst du mich daran erinnern? Kann du påminna mig? Bist du angekommen? Har du anlänt? Das ist sehr schwierig. Detta är mycket svårt. Wir waren mitbewohner. Wir waren rumskamrater. Bist du jemals in Italien gewesen? Har du någonsin varit in Italien? Wie viel wird es kosten? Hur mycket kostar det? Ich war sehr beschäftigt. Jag har varit väldigt upptagen. Ich liebe ausgehen. Ich älskar att gå ut. Ich werde bezahlen. Ich betalar. Fühl dich wie zu Hause. Känn dich som hemma. Ich bin buddhist. Ich bin buddhist. Es fängt an zu regnen. Es ist nicht ganz in der Nähe. Den är nicht richtig nära. Hättest du gerne etwas mehr? Will du haben mehr? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Willst du dass ich den Fernseher anschalte? Willst du dass ich auf TV'n? Sie wird morgen mit mir gehen. 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 Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Welche Art von Musik magst du? Welchen typen Musik gillar du? Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort. Ist alles in Ordnung? Är alles in Ordnung? Schalte das Licht aus. Schläck ljuset. Ich habe ein wenig verspätung. Ich bin lite sen. Ich räume mein Zimmer auf. Ich städer mitt rum. Sind deine Kinder mit? Hast du deine Eltern mit dir? Das war lecker. Den war utsökt. Das ist sehr schade. Das war Sünd. Wie geht es deinen Eltern? Wie geht es deinen Eltern? Wie mohr deine Verälder? Achtung. Seh auf. Das ist richtig. Wo wohnen Sie? Ich muss mich umziehen. Es gehört mir. Ich liebe das Kino. Ich liebe das Kino. Wo sind deine Kinder? Wo sind deine Kinder? Was für ein schrecklicher Tag. Vilken fruktansvärr Tag. Es ist extrem heiß. Den är extremt warm. Hast du sie schon kennengelernt? Har du träffat henne ännu? Wo betalar ich? Var betalar jag? Da ist es. Den är där. Ich bin zu müde. Jag är för trött. Hast du haustiere? Har du några husdjur? Wie ist das Wetter? Hur är vädret? Akcepterst du? Akcepterar du? Viel Glück! Lycka till! Gute idé! Bra idé! Heute Abend. Es ist eine gegenseitige Vereinbarung. Det war ein ömsesidig Överenskommelse. Wie ernst ist es? Hur allvarligt är det? Du hast mein Wort. Ich bin ein träumer. Ich bin ein träumer. Ich bin ein drömmare. Sein sohn. Hans sohn. Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe meine Schlüssel verloren. Guten Tag. God dag. Was machen deine Eltern? Vad gör dina föräldrar? Ich habe neun Jahre lang hier gearbeitet. Ich arbeite hier in nej år. Es ist nicht einfach. Det är inte lätt. Kann ich ein ticket im buss kaufen? Kann ich ein billett im bussen? Ich möchte ein automieten. Ich möchte ein automieten. Ich möchte ein automieten. Wie spricht man dieses Wort aus? Hur uttalar man das Wort? Ist das genug? Är det tillräckligt? Kannst du das für mich übersetzen? Kann du översätta detta åt mig? Es ist unter dem Gefrierpunkt. Det är minusgrader. Heute morgen. Den här morgenen. Ich habe keine Arbeit. Jag är arbetslös. Lass uns das Thema wechseln. Låt oss byta ämne. Ich habe jetlag. Ich habe jetlag. Ich habe meinen regenschirm vergessen. Ich habe glömt mitt paraply. Ich kann es jetzt nicht machen. Ich kann es nicht machen. Probera es an. Prova den. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich bin ehrgeizig. Ich bin ehrgeizig. Ich bin ehrgeizig. Ich bin ehrgeizig. Nachmittags. På eftermiddagen. Es ist ungünstig. Dann är besvärlig. Möchte jemand Kaffee? Skulle någon vilja ha' Kaffee?